ja hallo willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom h2 final mix jetzt habe ich ja alle hier mit einem riesigen cliffhanger zurückgelassen und ja jetzt haben wir dem ex erledigt muss mir noch mal echt den clip angucken mit anti form gegen dem ex 1 hp etwa so awesome und ja wir hatten einen dramatischen moment in diesem spiel kofi ist gestorben und auch nicht für fünf minuten haben gedacht er wird tot aber auch offensichtlich weiß nicht ganz offensichtlich und ja jetzt sind wir hier wir haben ganz viele herzlose von uns gesehen und wir müssen jetzt alle platt machen also los haben wir mal aus gefunden dass der anführer von organisation 13 sehr nachts niemand ist zusammen das dessen namen wir ja auch schon gehört haben jetzt siege sie alle okay aber so lang in den länden sind das richtig gemacht haben wir sich hier in die form verwandeln kann das hat mir noch eine reine eine geht noch obwohl einer geht noch gemeldet ich hatte ja ich hatte es da könnte jetzt ein bisschen schwierig werden eigentlich nicht ich höre ich mal vor wie geil das gewesen wäre wenn man hier mit donald so viel kämpfen so wenn man sich in die hellen form verwandeln könnte oder die weisen form dafür aber so geil gewesen und nein natürlich sind so viel wieder weg und sie am meistens braucht man dafür gibt ja jetzt limit form ich kann man ja wunderbar auf der will aber kann sich nur dreimal machen also wir haben ausweich wollen gelernt okay ich liebe es einfach mich hier so durchzuprobieren anstatt die ganzen ich meine ganze zeit dreieck drücken ist das hier viel einfacher machen aber ich weiß nicht ich will mir vor den spaß nehmen ich möchte lieber so so macht viel mehr wochen ich darf mal an ich darf mich meine an ich höre an danke richtig geil so ein kampf will ich ein kinder maß 3 aussehen da war noch eben das hat man noch nicht mal da will ich nicht sein genau gleich will im klatschen ja auch einfach noch an weil wir tun voll wenig damit erledigen und merkt gerade ja und deswegen habe ich die limit form ist auch benutzt weil ich genau wusste ja genug abs haus wohl war sind und einer war so vielleicht zurück verwandelt und zwar verschwendung ms die hälfte erledigt gibt es noch nicht jetzt noch rufen hier einsetzen könnte normalverkrieg man jetzt zwei level 2 ab und warten auf mein erstes und dann mein zweites ein schritt dann wissen wir nicht was sie machen soll ja durch die limit attacken halte man sich auch wenn ich mich irre dann man ja jetzt mehr frankspunkte bekommen der form als man eigentlich braucht ist auf jeden fall level auf maximum abend bis jetzt noch ein paar her mit klatschen zu da wenigstens aber auch nicht gerade er reicht jetzt eigentlich 22 jetzt mal ich finde diesen kampf so ewig ich könnte sterben jetzt noch hier schön in die weisen form und alles so weit hat er auch frei schlägt mit dem schlagzeug ja aber ich kann noch mal danach er ist genug ja noch mal ja da müssen wir angst gehabt hätte alter wer block der zeit wisst euch ja das wagen ja da habe ich mich öfter kriegt diese komischen dinge oder bei dem trailer von kinder markt 2 in einer trailer dann sehen wir noch im hintergrund fahren so sicher die mann verdammt und ersten teil besiegt hat so gegen ende die hat man auch glaube ich hier im hintergrund gesehen man kämpft wäre bekämpft noch gegen so kleine wir sind schade war jetzt auch was Das ist einfach voll die Massenabschlachtung, die manche mache. Kann man damit locken. Ich bin schon auf Maximum, oder bis zum Ende noch. Wo ich bin ja eigentlich schon sehr oft sehr nah dran zu fräcken. Die Form eines letztens ist gar nicht so gut. Aber wer? Ich wollte doch Breakdance nicht sehr. Mein Po-Düsen-Angriff scheint irgendwie immer nur ein zu erledigen oder zwei. Ich habe mich während der Rückverwandlung ja verletzt. Das gibt zwar nicht. Ja, wir sind wirklich hier gegen 1000 Herz-Versamenkämpfen. Ich habe mich voll abgelenkt. Wir sind bestimmt schon auf Maximum von der Form. Wir bekommen können bis jetzt. Off. 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 Ich krieg den Kampf so gar nicht. Oh, dann auch nicht. Okay. Zweimal Ausweichrolle bekommen. Sehr gut. Ja, komm. Komm, ja. Massenmord hier, was ich mache. Massenvernichtung. Mal drehen auf meine Kamera. Jetzt müsste ich noch fragen. Genau. Werde aber gern. Nein, ich freue mich nicht. Nein. Nächstes Gefechtsverkehr. Ich ist an. Ich mache nämlich echt fertig. Ich muss ja ein. manche auf die kleinen jahre müssen ja kein risiko ein zu beleid die typen jetzt nur noch 100 oder so übrig sind war nämlich fällig so einfach nicht ja aber aber 13 minuten dauert das hier selbst als minuten passt doch noch im netz hallo aber muss ja mal geben es noch tausende hier waren kein problem jetzt noch 20 übrig sind natürlich auch alter alter ich frage ich noch alter ist gut alter echt jetzt der eintreffung weg jetzt ich verarscht warum geht man pc aus durch ehrlich alles los was willst du mich jetzt echt verarschen was zum teufel war das jetzt ernsthaft was zum teufel was war das für ein scheiß hey ich freue mich konnte ihn gar nicht ausweichen was soll der scheiß hey jetzt ganz ehrlich er darf jetzt einfach nicht wahr sein weil das hat 15 minuten dauert nicht der ganze noch mal machen aber 15 und da ist jetzt ein ganzer part der drauf geht aber jetzt nicht verarschen das kann doch nie nur hier passieren jeder sagt da waren nur 120 über ich habe gegen 1000 gekämpft die letzten 20 die mich platt willst du mich verarschen bordert gewirkswache aber jetzt bin ich angefasst da gibt es jetzt einfach nicht hier kommt jetzt als erstes dann eben wünscht ich hast da ist wirklich so gut wie nicht angegriffen weil es da gerade passiert jetzt es ist es ist immer noch nicht was das gerade passiert ist hey 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 die verschwinden die verschwinden die die verschwinden die blöden ich will als erstes jetzt erledigen ja 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 ich bin halt so frustrierend gerade ja 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 Das reicht eigentlich nochmal, aber egal. Ich hab auch kein Elm so hoch. Ja, das war doof. Ich geh früher zurück von meinen anderen. Ich wär du blöd mäßig, ey. Aber ich werd nicht angepasst. 15 Minuten vollkommen umsonst, weil viele Gegner jetzt hier sind. Wie viel ich aushalte. Ich hab euch nur auf einmal. Boah, frustriert mich grad so sehr, ne? Glück habe ich, weiß nicht, ein paar letztens zu beendet. Ich geh schon wieder auf die Fresse. Also, das erste Mal, ich hab den Angriff eingesetzt haben vorhin. Ich geh nur auf die Fresse davon. Ja. Boah. Bei mir auch noch immer ab, ne? da wo ich die erledigen will ja für den lena Lena! Boah, echt? Warum wird das schwieriger? Je weniger Gegner, je verstehe halt nicht. Stimmt, ich weiß nicht. Fremdschämend, wenn man sich das hier anguckt. Das wäre ein Kampf der tausende Erzlose. Abwärtschaft genau voll. Ah ja, weil ich bald ein Level von vorhin war. Irgendwie noch trauriger. Da wäre es natürlich level up. Ganz voll unnötig sind. Ich habe das Gefühl, je weniger hier sind, desto schwieriger wird. Ist ja irgendwie nicht. Soll ich halt an. Abwärtschluss ist auch noch. Dafür geht jetzt der ganze Parkflöten. Es gibt so einfach nicht. Warum blöd mit den Angriff treff ich ja eigentlich nur die vom Boden, ne? Den setzt ja schon Ragnarok ein. Ragnarok. Ich habe sogar abgehört, muss ich ja wohl überleben, oder? Ja, ich kann aber auch nicht auf die losgehen. Die hauen immer ab, wenn ich mich den näher. Ich glaube, ich habe schon die Treppe, wo man die weiterspielen drücken muss. Ich habe mich da ein bisschen frustrieren, weil ich sie in dem der Träge macht. Normal Erfangspunkte bleiben stecken, aber nicht. Vorm Erfangspunkte. Das ist ein bisschen schade. Noch mehr. Vielleicht nicht mehr. gott spricht langsam die frust aus mir hat das geführt ich will den einen erleben den da nein da sogar meine dinge warum geht man pc die ganze zeit aus ja weil ich wird die aufnahme nicht irgendwie gestört oder so langsam nervig jetzt schon wieder anstiegswerden wenn man diese laser hier außen nichts kommt weil ich mich dem näher ich bin echt frustriert war ernst ja da wissen kann ich so theoretisch voll gut level theoretisch eigentlich mit den nächsten welten kein problem haben mäßig naja 200 gegner irgendwie wird schon wieder spät aus ich würde gerne viel von diesen piechern erledigen ich war mit dem bildschirm eines pc ist die ganze zeit ausgeht wir sonst auch nie aus und aufnahme will ich heute irgendwie verarschen hat mich ärgern das kam er doch geschafft was man zwar nicht böse getan habt hier in letzter zeit aber noch mal wieder geschluckt hier wieder später ich hab schon viel so, angestoppt so, jetzt auch mal es geht schon wieder los, ne? ich glaube ich weiß man liegt noch mal von wahrscheinlich nur voll wenige von denen vielleicht hier alles nur diese vier jahre die kommen voll viele von denen am ende da wie da ist aber keine wir da gleich noch einer oder zwei das sagt oh mein gott haben wir zweimal 1000 herzlose fast erledigt 2000 herzlose ja es war nervig jetzt aufstoßen wir uns jetzt eine kleine pause mit sora und sehen uns dann in der nichts von flat black king war 21 ich will habe mich alles zuschauen und hoffe euch hat das video gefallen dann könnt ihr ja irgendwie feedback oder abo oder kommentar oder so lassen neben seine danke und tschüss